Hi Leute, hier ist wieder Christian und herzlich willkommen zu meinem dritten Video und auch sehr wahrscheinlich letzten Video von den IFA News des Jahres 2017. Neben mir steht Daniel Matzkuhn vom Kanal Tablet.de. Schaut mal unbedingt vorbei, ich habe euch das unten in der Beschreibung verlinkt. Und wir wollen euch eine kurze Zusammenfassung über die letzten IFA-Tage, eigentlich von, sagen wir mal, Donnerstag, Freitag und Samstag geben. Momentan haben wir Samstag, das heißt morgen werde ich abreisen. Danni kommt ja sowieso aus Berlin, der hat einen etwas kürzeren Weg. Aber wir haben heute wieder das Nokia 8 im Gespräch oder erstmalig das Nokia 8 im Gespräch. Ich werde mal ganz kurz über Samsung sprechen und zwar zur Gear Fit 2 Pro. Da hat sowohl Danni was zu sagen als auch ich. Was war noch? LG V30 sprechen wir mal ganz kurz an. Genau, das hatte ich einen Tag in Benutzung hier. Einer der Glücklichen und einer der wenigen. Und was war der nächste Termin? Teufel heute Morgen. Heute Morgen war ich bei Teufel in Berlin im Bikini Store oder Bikini, heißt das Bikini Store? Bikini Berlin heißt es. Bikini Berlin, da haben die ihren Flagship Store. Da konnte ich mir die neuen Produkte anschauen und ich würde sagen, wir fangen mit Nokia 8 an. Das hatten wir noch gar nicht. Genau. Erzähl mal, wie findest du es? Hast du es angeschaut? Konntest du alle Farben anschauen? Ich konnte mir zwei Farben anschauen und zwar einmal das Blau. Das fand ich richtig schön, weil es matt hinten ist. Also das matte Blau. Genau, dieses dunkel matte Blau. Das hat mir sehr gefallen, vor allem weil man Fingerabdrücke da drauf nicht sieht. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das liegt auch sehr, sehr schön handschmeichlerisch in der Hand. Und eine weitere Farbe hatte ich noch und zwar dieses Kupfer. Das ist so ein glänzendes Kupfer. Das habe ich zum letzten Mal beim Ford Fiesta gesehen. Bei deinem eigenen Auto. Nee, ich war ein Smart. Ja, und anscheinend ist Kupfer wirklich die Farbe des Jahres. Also jeder bringt was. Ich glaube auch, dass es mit irgendwie zu Trendfarbe und es sah auch richtig geil aus, muss ich sagen. Allerdings, wie du gesagt hast, Fingerabdrücke ohne Ende an dieser Kupfer-verarbeitenden Variante und es spiegelt halt. Generell von der Performance war ich erstmal, kommt ja ein Snapdragon 835 glaube ich zum Einsatz. Die Performance war auf den ersten Blick gut. Kommt Stock Android zum Einsatz oder annähernd Stock Android. Und die haben oder haben viel Wert darauf gelegt, die Kamera- bzw. Kamera-Features zu betonen. Dass man gleichzeitig mit Front- und Rückkamera irgendwie Fotos und Videos machen kann. Genau, also die Funktion heißt Bofi. Das heißt also ein Selfie, both vorne und hinten. Ja, ich weiß es nicht. Also für mich persönlich ist es nicht so das spannende Feature. Es ist cool, klar. Dann kann man halt eben den Vordergrund und halt sich selber nochmal fotografieren. Und was auch für einige vielleicht spannend sein wird, ist, man kann damit auf Facebook und auf YouTube live gehen. Stimmt, richtig. Das haben die gezeigt. Aber gebe ich dir vollkommen recht. Also die Funktion Bofi, die fand ich irgendwie, das ist eine spielerische Funktion. Auch dieser Live-Fokus, also dieses Live-Bokeh, das hat bei mir irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Richtig. Das war irgendwie ganz komisch, ob das jetzt Vorserie war oder jetzt final auch so kommen wird, keine Ahnung. Richtig. Und auch der manuelle Modus, die betonen ja ganz klar diese Zeiss-Kamera, aber der manuelle Modus ist auch nicht so stark. Es gibt zum Beispiel keine Möglichkeit, die Belichtungszeit zu verstellen. Okay. Was halt eigentlich das Feature ist, um Langzeitbelichtung beispielsweise zu machen. Das geht gar nicht. Ja, also ich würde auch sagen, also von den Farben fand ich es extrem cool. Haptik fand ich extrem cool. Performance. Performance, das, was zum Einsatz kommt, also von den Chipsätzen her und von dem Speicher, war super. Aber so diese Kamera, die hat mich nicht so wirklich überzeugt auf den ersten Blick. Ja, ich glaube, da haben sie noch einen kleinen Weg vor sich. Ja, denke ich auch. Gut, springen wir zum nächsten Thema. Dani, du hast LG V30 einen Tag lang dabei. Wie kam es denn zu der Ehre? Ich habe einen guten Kontakt zu LG, sagen wir es mal so. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das V30 von Mittwoch zu Donnerstag eigentlich kompletten Tag nutzen konnte. Habe auch viele Fotos gemacht. Wir können sie auch ganz gerne einblenden. Aber mir persönlich hat die Kamera sehr gut gefallen. Sie ist meiner Meinung nach besser als beim G6. Das G6 hatte so ein bisschen das Problem, dass die Fotos überschärft waren. Ein bisschen, ja, das sah ein bisschen unwirklich aus. Das haben sie beim V30 auf jeden Fall verbessert. Die Videofunktionen sind richtig klasse. Da habe ich auch was zu gemacht. Dieser Point-Fokus gefällt mir gut. Noch nicht perfekt, aber dass man einfach nur reinzoomen kann in einen bestimmten Bereich des Videos. Ohne das Smartphone irgendwie drehen zu müssen. Ohne das Smartphone drehen zu müssen. Das ist schon richtig cool. Und auch die Filter, die Live-Filter haben mir ebenfalls sehr gut gefallen. Und vor allem hat das verzögerungsfrei funktioniert. Genau. Also das war wirklich ohne Probleme möglich. Es war wirklich komplett live. Du hast ja noch diese Vignette, die du dazu nehmen kannst. Super, hat mir sehr gefallen. Was ich da so ein bisschen schade fand, ist zum einen der Preis, wenn es denn tatsächlich für 899 Euro auf den Markt kommen sollte. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Und was mir dann auch erst bei deinem Gerät und bei einem anderen Kollegen aufgefallen ist, ich fand das Display irgendwie ziemlich dunkel. Selbst auf der höchsten Helligkeitsstufe. Ist dir das auch aufgefallen? Also ich hatte das beim G6 auch schon, dass die Helligkeit nicht an das S8 rankam. Und beim V30 hatte ich das Gefühl, dass es wieder ähnlich ist. Ich hatte das Gefühl, dass es besser als beim G6 ist. Das ist aber auch nicht wirklich schwer. Ja, aber ans S8 oder S8 Plus kam es gefühlt auch nicht ran. Obwohl es ein OLED-Display ist. Was mir aber gefallen hat an dem Display sind natürlich die Ränder. Ist natürlich wunderschön. Und es ist ein flaches Panel. Das wollte ich gerade sagen. Also das gefällt mir auch richtig gut. Richtig. Das heißt, es reflektiert nicht an den Rändern. Das ist das eine. Und das andere, beim S8 hast du ja so ein bisschen Farbverfälschung, wenn du halt von der Seite drauf guckst. Und das hast du beim LG V30 nicht. Ja, richtig. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube für die 8,99 wird das irgendwie hier in Deutschland nicht verkauft werden. Und wenn die das wirklich so zu diesem Preis anbieten, dann wird es wahrscheinlich bis Weihnachten 650 Euro kosten. Vielleicht oder 600 Euro. Ja, und genau da bei diesem Preispunkt sehe ich das Gerät. Ich glaube aber auch, dass die einfach das Gerät momentan, das ist eigentlich das Gerät, was sie zum MWC hätten bringen müssen. Und jetzt eigentlich wieder ein Schritt zu spät sind, ein halbes Jahr zu spät sind gegenüber Samsung. Richtig. Denn man darf nicht vergessen, das Mate 10 kommt Mitte Oktober. iPhone wird vorgestellt. Pixel XL2, iPhone, das sind drei starke Geräte, die scheißlich auch ähnlich sein werden. Und das wird knapp. Ja. Cool. Nächstes Thema. Samsung? Samsung. Ja. Die Gear Fit Pro. 2 Pro. 2 Pro. Was ein Name. Genau, es ist ein neuer Fitness-Tracker. Ja. Hat jetzt, oder hatte vorher auch schon GPS, hat jetzt immer noch GPS, hat die neueste Tizen UI von Samsung drauf. Und was mir persönlich sehr gut gefällt an den Tizen Uhren, aber auch an der Fit, dass es eine Spotify App gibt. Denn das Problem ist ja häufig, ihr habt einen Spotify Account, da ist eure Musik drauf. Und da wollt ihr nicht noch extra Musik bei iTunes oder wo auch immer kaufen, um sie auf die Uhr offline zu laden. Richtig. Und da hat das Samsung ganz einfach mit einer App gelöst. Und das funktioniert in der Tat auch gut. Was ich dazu noch zu sagen habe, in der Produktbeschreibung steht drin, dass die wasserdicht ist, bis 5 ATM. Und Huawei hat das Honor Band, ne Quatsch, Huawei Band 2 Pro heißt das, auch vorgestellt. Mit der gleichen Gerätespezifikation, also 5 ATM. Und da habe ich wirklich mal nachgelesen, 5 ATM bedeutet nicht unbedingt, dass du schwimmen kannst damit. Sondern? Sondern es zum gelegentlichen Schwimmen einsetzen kannst. Und Samsung spezifiziere das aber dahingehend, dass sie sagen, es ist 5 ATM, also bis zu eigentlich 50 Meter wasserdicht. Plus, dass man dazu auch noch schwimmen kann. Also die sagen, dass die Dichtung gegen Salz, gegen Chlorwasser und Süßwasser sowieso geschützt sind. Von daher, ich bin mal bei Huawei gespannt. Da habe ich auch mal nachgefragt, wie das da aussieht mit der Wasserdichtigkeit, ob das dann tatsächlich auch wirklich zum regelmäßigen Schwimmen genutzt werden kann. Weil das ist ja eigentlich der Sinn dahinter. Die normalen Armbänder sind ja alle schweißresistent, beziehungsweise kannst du mit unter die Dusche springen. Aber ob das dann wirklich diese Wasserdichtigkeit hat. Aber können Sie auch diese Schwimmaktivitäten tracken? Weißt du das? Bei Samsung ja. Ja, also die haben ja eine Kooperation mit Speedo. Ich kann das bis dahin auch nicht, weil ich kein Schwimmer bin. Doch, die machen immer so richtig schöne Unterwäsche für Schwimmen. Ja, hast du die auch dran? Heute nicht, heute nicht. Nee, also die haben eine Kooperation mit Speedo und die können erkennen, was für einen Stil du schwimmst. Das heißt, wenn du anfängst, Brust zu schwimmen, dann erkennen die das. Das erkennt die Uhr oder das Fitnessarmband. Allerdings, wenn du dann irgendwann nach 20 Bahnen wechselst in Graul oder Rücken, erkenne dir das als Brust weiter. Ach so. Ja, genau. Also einmal Brust, immer Brust. Einmal Brust, immer Brust, einmal Graulen, immer Graulen. Also das ist, man arbeitet dran, aber momentan ist es tatsächlich so. Immer Brust, einmal Brust, immer Brust. Genau. Na gut, was ist das nächste Thema? Heute Morgen war ich bei Teufel, Flagship Store im Biki, Berlin. Die haben mir das neue Line-Up vorgestellt an Lautsprechern. Also die hatten ja letztes Jahr, und das habe ich auch auf meinem Kanal getestet, die Teufel Mute Biki, das sind diese ersten drahtlosen Kopfhörer mit Noise-Canceling. Die waren so, naja, also Klang war in Ordnung, Lautstärke war mittelmäßig, aber Verarbeitung war eigentlich scheiße. Ja. Die haben sie komplett aus dem Sortiment genommen, haben Nachfolger vorgestellt mit einer besseren Noise-Canceling-Technologie. Sollen annähernd an die QC35 herankommen. Noch nicht ganz annähernd. Preis allerdings auch nur 229 Euro. Also ist schon ein Kampfpreis. Dann gab es Raumfeld oder ehemals Raumfeld. Gibt es ja jetzt nicht mehr. Gibt es nicht mehr, ist jetzt auch Teufel. Also die haben das unter einen Brand gepackt, haben neue One S, One M und One L, glaube ich, vorgestellt. Die sind jetzt auch alle smarter geworden. Das heißt, die sind alle mit Bluetooth ausgestattet. Man hat Aux-In. Das heißt, man kann zum Beispiel auch ein Echo Dot oder sowas anschließen. Oder ein Chromecast. Oder ein Chromecast. Wobei momentan die noch nicht Chromecast-fähig sind. Da läuft die Lizenzierung noch. Also das wird noch etwas dauern. Und auch Preispunkt zum Beispiel bei dem kleinen One S. Das ist die kleinste Kategorie. Die kosten 229 Euro. Finde ich eigentlich gegenüber auch Sonos-Geräten oder Boxen, finde ich schon, ist in Ordnung. Ja. Muss ich mal schauen. Mal gucken, wie sie klingen. Mal gucken, wie sie klingen, genau. Hattest du noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war es. Einen schönen Rallye-Wagen im Hintergrund. Genau. Ja, heute wie gesagt, Samstag. Morgen reise ich ab. Waren eigentlich meine letzten Tage. Ihr werdet nicht allzu viele Videos auf meinem Kanal bzw. Hands-on finden, weil es eigentlich auch noch nicht so viel geiles Zeug gab. Also die Gear Sport zum Beispiel, die neue Smartwatch von Samsung, die wurde zwar überarbeitet, aber bringt auch nichts Neues als eine PS3. Über das Armband haben wir jetzt ausführlich gesprochen, schon in mehreren Videos. Und das Interessanteste an Smartphones war eigentlich ist ein GV30. Ja. Und so ein bisschen das Note 8, was ja so ein bisschen in die IFA rübergeschwappt ist. Das gibt es ja auch ganz viel zu sehen und das konnte ich auch in der Tat auspacken. Auspacken? Auspacken. Unboxing. Galaxy Note 8 Unboxing. Wo? Auf meinem Kanal. Quatsch. Warum? Warum nicht? Lass dich überraschen. Ja, das war es dann. Vielen Dank, dass ihr in dieser Woche dabei wart. Vor allem auf Instagram war ich etwas aktiver und ich hoffe, dass wir uns einfach in den nächsten Videos wiedersehen. Die nächsten Wochen vor allem Note 8 Vorstellungen oder beziehungsweise Unboxing irgendwann. Dann wird die Apple Keynote kommen. Also die nächsten Wochen auch vor allem der Herbst, der wird wieder interessant, denke ich. Genau. Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Schaut bei Dani mal vorbei auf seinem Kanal, wie gesagt, unten verlinkt. Und ja, macht's gut. Ciao. Ciao.